Er ist eine Instanz unter den Personalökonomen. In den Forschungsrankings steht er weit oben. Sein Spezialgebiet sind Boni und Anreizsysteme. Dirk Slifka. In Feldexperimenten untersucht der Kölner Professor bei Unternehmen, wie Anreize wirken. Dabei lautet sein Forschungsleitsatz, es gibt keine ewigen Wahrheiten. Vielmehr sammelt er Daten und lernt auch stetig selbst daraus. Für das Personalmagazin gehört Dirk Slifka zu den 40 führenden HR-Köpfen.